Ja, ich komme gerade aus Straßburg vom Europarat, war diese Woche dort in der Parlamentarischen Versammlung und es gab dort heftige Auseinandersetzungen, Debatten zur Frage, ob die russische Delegation zurückkommt oder nicht. Man muss einfach wissen, im Jahre 2014 hat die Parlamentarische Versammlung einen Beschluss gefällt, der den russischen Abgeordneten unter anderem das Stimmrecht entzieht. Die dürfen keine Richter mehr wählen für den Menschenrechtsgerichtshof und so weiter, worauf dann die russischen Abgeordneten nicht mehr gekommen sind. Und auch Russland vor anderthalb Jahren begonnen hat, komplett die Zahlungen für den Europarat einzustellen. Man muss einfach wissen, Europarat ist ja das große Europa mit Russland, mit Ukraine, mit Türkei, mit vielen Ländern, die nicht in der EU sind, also 47 Ländern. Und ich persönlich finde das eigentlich eine erhaltenswerte internationale Organisation. Und durch diesen Konflikt, den wir jetzt haben, droht der Europarat auseinanderzubrechen. Wir sind seit langem dort aktiv. Wir, das heißt die kleine Linksfraktion, die es dort gibt, aber die sehr, sehr gut arbeitet, sind seit langem aktiv und versuchen, den Konflikt zu lösen, auch dass sozusagen die russischen Abgeordneten wieder zurückkommen. Und jetzt war es am Dienstag halt so, dass wir einen Kompromissvorschlag mit eingebracht haben, der mit Zweidrittelmehrheit hätte angenommen werden müssen und der eine Grundrenovierung der ganzen Arbeitsweise beinhaltet, der aber auch beinhaltet, dass sowas wie Stimmrechtsentzug für Abgeordnete anderer Nationen, was Richterwahl angeht, dass das ausgeschlossen wird, weil das ist eigentlich auch nicht rechtsmäßig, wie auch ein Rechtsgutachten bestätigt hat. Also wir brauchten eine Zweidrittelmehrheit und es gab de facto ungefähr ein Drittel, vielleicht 40 Prozent einer Hardcore-antirussischen Minderheit, die aber Blockademöglichkeit hatte, die das letztlich verhindert hat. Zuvor gab es ziemlich viele Interventionen, auch aus den USA, die sind bei den Regierungen vorstellig geworden, auch bei der Bundesregierung waren sie da, weil ihnen sozusagen überhaupt die Grundstruktur des Europarates ein Dorn im Auge ist und sie schon verhindern wollen, dass es diese Kooperation mit Russland gibt. Das hat mir auch die Vertreterin des Auswärtigen Amtes bestätigt, dass hier die US-Vertreter vorstellig gewesen sind. Und dieser Hardcore-antirussische Block im Europarat, in der Parlamentarischen Versammlung, besteht im Wesentlichen aus den ukrainischen Nationalisten, aus den britischen Tories, aus einigen Abgeordneten aus den baltischen Staaten, aus Polen oder auch aus Georgien. Und leider war es so, dass sie sehr, sehr gut mobilisiert haben. Da waren viele Abgeordnete, die ich noch nie gesehen habe. Also es gab eine massive Mobilisierung dagegen, sozusagen ein Hintertreiben eines Kompromisses in dieser Frage. Das ist sehr bedauerlich. Schön war, dass die Linksfraktion absolut geschlossen dort stand, als einzige Fraktion. Schön war auch, dass die deutsche Delegation ziemlich geschlossen hinter diesem Kompromissvorschlag stand, also auch die Regierungsparteien vor allen Dingen hier in Deutschland. Das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass wir da eine ähnliche Meinung haben. Aber jetzt ist der Kompromiss vertagt. Es gibt also keine Lösung und es wird auch dazu führen, dass der Europarat nächstes Jahr wirklich große finanzielle Probleme kriegt, weil 18 Millionen Beitrag der Russischen Föderation fehlen werden. Ich finde, dass diese Gesamtstruktur des Europarates, also als pan-europäisches Gremium mit dem Gerichtshof, wo es ein Individualklagerecht für 830 Millionen Bürger gibt, auch in Russland, auch in der Türkei, auch in der Ukraine, ich finde, dass das eine Struktur ist, die erhalten werden sollte. Und ich finde auch, dass die Staaten, die der Meinung sind, dass dieser Europarat aufrechterhalten werden sollte, wie Deutschland, das ist die offizielle Position der Bundesregierung, wie Frankreich, Italien und so weiter, dass die auch eine Koalition der Willigen, nenne ich das mal, bilden sollten und diese finanziellen Engpässe, die im Augenblick da sind, bis dieser Konflikt gelöst wird, dass die überbrückt werden sollten. Das war Gleich ulative Werder